Wir alle stehen uns relativ regelmäßig beim Gitarrelernen selbst im Weg. Und zwar oft, ohne dass wir es wirklich merken. Denn das Problem ist in der Regel gar nicht, dass wir nicht motiviert wären oder das Gitarrespielen irgendwie doof finden, sondern dass wir oft von den falschen Grundannahmen ausgehen, wenn wir uns dem grundsätzlichen Gitarrelernen nähern. Das Thema aus diesem Video liegt mir schon länger auf dem Herzen und letztens hat einer von euch unter meinem Video geschrieben, was denn ein guter Weg wäre, um effizient Gitarre zu lernen. Und das habe ich so ein bisschen als Aufhänger genommen, um nochmal dieses Video für euch aufzunehmen. Das Video präsentiere ich euch in Zusammenarbeit mit meinem Partner Alexia Strings. Links zu den Seiten von Alexia und zur Seite von Alexia findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich habe das Video so ein bisschen in verschiedene Teile eingeteilt und im allerersten Teil möchte ich mal über die Grundidee des effizienten Lernens sprechen. Ich schicke schon mal voraus, dass ich grundsätzlich kein Freund von der Idee bin, Lernen effizient zu gestalten. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen widersinnig, denn Effizienz ist ja eigentlich was Gutes. Ich komme aber gleich in ein, zwei Minuten auch drauf, warum das so ist. Und ich glaube, am Ende des Videos werdet ihr auch verstehen, wo ich grundsätzlich herkomme. Sehen wir uns erstmal an, wie Effizienz überhaupt aufgebaut ist, beziehungsweise was so die Idee hinter Effizienz ist. Denn Effizienz begegnet uns ja im Prinzip in unserem Leben, in unserem Alltag an jeder Ecke. Wir arbeiten gerne effizient, wir haben Projekte, bei denen wir möglichst effizient sein wollen, denn wir können so einen Job, der vielleicht acht Stunden dauert, ohne Probleme auf sechs, fünf oder sogar vier Stunden reduzieren, wenn wir eben nicht einfach nur navigationslos rumgondeln, sondern einfach ein bisschen effizient arbeiten und unsere Prozesse ineinander greifen. In der übrigen Zeit können wir dann eben was anderes machen. Ob es noch ein bisschen mehr Arbeit ist oder ob wir das mit der Freizeit gestalten, da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber halten wir erstmal fest, Effizienz an sich ist ja erstmal eine gute Sache. Wenn wir von effizienter Arbeit reden, dann haben wir aber in der Regel abgeschlossene Prozesse. Das bedeutet, wir haben ein Ziel und wir haben einen Prozess, der eben auf dieses Ziel hinarbeitet. Dieser Effizienzgedanke ist jetzt aber nichts, was uns nun in unserem Arbeitsalltag begegnet, sondern das geht schon in der Schule los. Wir haben in der Schule ja auch schon so diese Idee von, wir haben einen gewissen Weg, wir sollen Sachen lernen und dann gibt es am Ende ein Ziel, also zum Beispiel eine Prüfung, die geschrieben wird, wo wir dann möglichst eine gute Note haben wollen. Auch hier geht es natürlich darum, dass wir den Lernprozess möglichst effizient gestalten wollen, um das Lernziel mit vielleicht möglichst wenig Aufwand zu erreichen. Oder wenn es wirklich so viel ist, dass wir den Prozess schon effizient gestalten müssen, um überhaupt das ganze Material zu schaffen, ist Effizienz natürlich auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Effizientes Lernen ist jetzt also gar nicht so aus der Luft gegriffen, sondern das ist was, womit wir auf jeden Fall groß werden und was jeder und jede von uns schon mal auf der einen oder anderen Weise gesehen hat. Das Problem ist, dass sich das jetzt nur bedingt auf das Gitarrespielen anwenden lässt. Und das hat insgesamt drei Gründe. Erstens fokussiert sich dieser Ansatz, den wir aus den Bildungsanrichtungen kennen, zu sehr auf das explizite Lernen und nicht genug auf das implizite Lernen. Zweitens ist es ein sehr, ich sag mal, verkopfter, man kann auch sagen, akademischer Ansatz, der sich viel auf auswendig Lernerei und theoretisches Lernen begrenzt. Gitarre Lernen ist aber zum größten Teil vor allem auch ein Handwerk. Und drittens gehen wir bei effizienten Prozessen auch immer davon aus, dass wir ein Ziel haben, bei dem der Prozess dann abgeschlossen ist. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, explizites Lernen und implizites Lernen. Ganz kleiner Crashkurs dazu. Explizites Lernen sind Inhalte, die ich quasi bewusst lerne. Schönes Beispiel dafür sind immer Vokabeln. Also ich lerne zum Beispiel 20 Vokabeln, ich wiederhole das, ich wiederhole das, ich wiederhole das. Und wenn mich jemand fragt, was heißt das Wort in der und der Sprache, dann kann ich das abrufen, weil ich das explizit gelernt, also memoriert habe sozusagen. Das ist quasi das, was wir in der Schule die ganze Zeit machen, denn das ist skalierbar und das ist auch abfragbar. Das heißt, danach können wir immer genau sagen, wenn der Schüler, die Schülerin dieses Wissen angehäuft hat, dann kann man das in der Arbeit auch wiedergeben und dann kriegt man quasi die und die Note. Was dem gegenübersteht, ist das implizite Lernen. Das implizite Lernen sind Dinge, die wir unbewusst lernen, also Dinge, auf die wir uns nicht genau fokussieren, die wir aber auf dem Weg quasi sowieso mitbekommen. Man könnte auch sagen, das höhere Verständnis von Dingen gehört auch zum impliziten Lernen. Wenn ich zum Beispiel den Weg entlang gehe, zum Beispiel den Weg zur Arbeit, dann ist ja beim ersten Mal noch total neu und das ist alles so, ich war hier noch nie. Beim zweiten Mal erinnert man sich vielleicht schon an ein oder zwei Sachen und beim zehnten, fünfzehnten, zwanzigsten Mal muss man schon gar nicht mehr gucken und gar nicht mehr darüber nachdenken, weil man hat den Weg schon auswendig gelernt. Aber ich bin ja nicht an dem Weg lang und habe mir da jeden Baum gemerkt und jeden Strauch und jeden Stein, sondern ich bin den Weg einfach gegangen. Das heißt, dadurch, dass ich das gemacht habe, dass ich einfach, also learning by doing würde man sagen, habe ich den Weg ja auch gelernt, aber halt nicht explizit, sondern implizit. Gitarre lernen ist jetzt meiner Erfahrung nach ein sehr, sehr, sehr impliziter Vorgang. Denn wir verstehen oft gar nicht wirklich alles, was wir da tun. Wir lernen aber trotzdem Sachen. Das geht schon dabei los, dass wir nur Griffe lernen und oft gar nicht die Töne kennen, die wir da greifen. Oder wir üben mal eine Tonleiter, können dann das Fingering, wissen aber gar nicht genau, welche Töne wir da spielen. Oder man kann irgendwie ein Schlagmuster spielen und man weiß aber gar nicht, auf welche Zellzeiten das kommt. Das heißt, viel, viel, viel von dem, was wir lernen, haben wir implizit gelernt, aber es ist uns gar nicht so im Detail bewusst, was da eigentlich passiert. Das geht bei so Theoriesachen natürlich los. Es geht aber auch um Techniken. Manchmal machen wir Techniken einfach aus Intuition, weil wir das mal irgendwo gesehen haben, weil uns das mal irgendwer gezeigt hat. Aber wenn man das mal versucht, so bewusst auseinanderzudröseln, was spiele ich hier eigentlich gerade genau? Dann fällt uns auf, dass das viel mehr ist, als man eigentlich so denkt. Das heißt, der ganze Prozess des Gitarre-Lernens ist sowieso ein sehr impliziter Vorgang. Es gibt natürlich einen großen expliziten Anteil. Also wenn ich mir Akkorde angucke oder Akkordgrafiken angucke und die auswendig lerne, ja, dann lerne ich das. Aber wenn ich einen Song 500 Mal gespielt habe, dann kann ich die Akkordfolge ja auch, ohne dass ich die Akkordfolge vielleicht explizit gelernt habe. Das heißt, grundsätzlich müssen wir das Gitarre-Lernen schon mal als mehr impliziten Vorgang betrachten, als wir das vielleicht aus der Schule gewöhnt sind. Der zweite Punkt bezieht sich darauf, dass Gitarre spielen auch ein Handwerk ist. Handwerk lässt sich meiner Erfahrung nach in Verbindung mit diesem expliziten, impliziten Lernen nicht so einfach skalieren. Es gibt natürlich, wenn ihr jetzt eine handwerkliche Ausbildung macht, gibt es irgendwie die Berufsschule, wo ihr Sachen lernt. Aber im Endeffekt müsst ihr es einfach machen, um es zu verstehen. Das heißt, es ist immer die Kombination aus dem theoretischen Lernen und dem wirklich einfach tun. Und das Bild, das ich dazu immer habe, wenn ich einen Handwerksmeister frage, wie oft muss ich das jetzt machen, bis ich es kann, dann kriege ich die Antwort, bis es kannst. Also es gibt da gar nicht so dieses, du machst das jetzt 15 Mal und dann kannst du das, sondern du machst es halt so lange, bis du es gelernt hast. Und dieses, also ich habe eben schon mal den Begriff Learning by Doing verwendet, das wird immer so mitgesagt in unserer Gesellschaft. Ja, das ist dann irgendwie Learning by Doing. Learning by Doing ist ein extrem wichtiger Teil, wenn wir Dinge wirklich verstehen wollen. Denn bestimmt kennt das jeder von euch, dass wir Dinge lernen und lernen und lernen und lernen und dann schreiben wir eine Prüfung und eine Woche später ist das alles wieder weg. Denn das ist nicht wirklich nachhaltiges Lernen gewesen. Das ist nur so irgendwo im Kurzzeitgedächtnis verankert oder halt auch so halbwegs ins Langzeitgedächtnis gesickert, aber es bleibt da nicht. Das wird sofort wieder überschrieben, sobald wir das nicht ständig wiederholen. Das heißt, wenn wir Gitarre wirklich auch spielen wollen, müssen wir das erstens mehr als Handwerk verstehen. Das heißt, man muss es einfach viel machen und wir müssen es in Kombination mit explizit-implizitem Lernen auch einfach viel machen, damit uns halt Prozesse einfach in Leib und Seele übergehen und nicht einfach nur, hier ist irgendwie ein Zettel und ich spiele das jetzt ab oder hier ist irgendwie eine Theorie und ich spiele das jetzt ab. Denn darum geht es ja beim Musikmachen eigentlich, dass wir nicht einfach nur vom Blatt spielen können oder einfach nur Prozesse nachmachen können, sondern dass uns das wirklich in Leib und Seele und ins Blut übergeht. Ich habe eben schon von Prozessen gesprochen und damit komme ich auch gleich zum dritten Punkt, der uns auch noch bei dem nächsten, im weiteren Verlauf des Videos ein bisschen begleiten wird und zwar Ziel gegen Prozess. Wir haben bei vielen Projekten oder bei den allermeisten Projekten, wie eben schon gesagt, ein Ziel. Also wir definieren, das ist das Ziel und das ist unser Prozess dahin. Gerade wenn wir in so einem Effizienzgedanken drin sind, dann geht es uns ja vor allem ums Ziel. Das heißt, wir möchten den Prozess so kurz und so einfach und so knackig wie möglich halten, damit wir das Ziel möglichst energieschonend und schnell und auf eine gute Art und Weise erreichen. Da gibt es jetzt beim Gitarrespielen so ein paar Probleme. Das erste ist, es ist ja ein Hobby. Bei einem Hobby kann ich natürlich sagen, ich habe so eine Idee, ich will irgendwie da und dahin, ich möchte irgendwie das und das machen. Aber es geht ja gar nicht unbedingt darum, ein Ziel zu erreichen. Das Ziel kann uns helfen, auf den Weg zu kommen. Wenn ich zum Beispiel anfange, Modellflugzeuge zu bauen, kann ich mir sagen, ich kaufe mir jetzt das Ding und ich möchte jetzt, ich kaufe mir jetzt ein Bausatz und ich möchte jetzt dieses Flugzeug bauen. Aber es geht ja nicht darum, das Ding am Ende zu haben, es geht ja um den Prozess dahin. Es geht ja um das Bauen und nicht um mir das Teil dann in den Schrank zu stellen. Das heißt, bei einem Hobby oder auch generell bei sowas Handwerk-basiertem wie Gitarrespielen sind wir weniger zielfokussiert und mehr prozessorientiert. Wenn ich einen Marathon laufen will und dafür trainiere und ich gehe überhaupt nicht gerne joggen, das würde ja keiner machen. Es geht ja nicht nur darum, das Ding zu laufen, es geht ja auch um das Laufen an sich. Also es geht da im wahrsten Sinne des Wortes auch um den Weg, weil der Weg auch irgendwo das Ziel ist. Und genau so ist es beim Gitarrespielen. Wenn ich jetzt in diesem Effizienzgedanken bin, den ich ja vielleicht aus meinem Alltag einfach habe, ich nehme das jetzt nochmal als Projekt mit, ich habe irgendwie schon einen Strafen-Zeitplan, ich habe viel zu tun, ich habe einen Job, ich habe Familie, ich habe andere Hobbys, ich habe Freunde und so weiter und ich packe mir jetzt das Gitarrespielen irgendwie noch so damit rein, ist es nicht ratsam, das so zielorientiert zu machen. Das heißt nicht, dass ihr euch keine Ziele setzen sollt, um Gottes Willen, da werde ich am Ende des Videos auch noch was zu sagen. Mir geht es nur darum zu sagen, dreht es mal ein bisschen um, dass ihr sagt, ich nutze das Ziel, damit ich anfange loszulaufen. Ich mache mir nicht das Ziel und versuche da dann möglichst schnell hinzukommen. Denn, und das ist auch ein Effekt, den ihr auf jeden Fall früher oder später beim Gitarrespielen lernen werdet, sobald ihr ein Ziel erreicht habt, nehmen wir das mal ein Zwischenergebnis, werdet ihr schon das nächste Ziel vor Augen haben. Denn, und damit komme ich so zum zweiten Teil des Videos, Gitarre lernen ist ein Marathon, kein Sprint. Ihr könnt euch nicht ein Ziel definieren und dadurch ankommen und sagen, so, das war jetzt Gitarre lernen, sondern, sobald ihr eine Sache auf der Gitarre gelernt habt, nehmen wir mal an, ihr wolltet vielleicht einfach ein bisschen Lagerfeuer Gitarre spielen. Und ihr sagt, okay, ich kann jetzt die Akkorde, ich kann jetzt ein paar Schlagmuster, ich kann jetzt ein paar Songs spielen. Sobald ihr an diesem Punkt seid, habt ihr schon wieder zehn Sachen mitbekommen, auf dem Weg, die ihr vielleicht auch noch lernen wollt, die man auch noch lernen könnte, die jetzt auch Optionen sind von dem, was ihr schon gelernt habt. Das heißt, dass ihr euch neue Ziele definiert, bleibt überhaupt nicht aus bei dem Prozess. Das heißt, ihr habt dann schon wieder die nächsten Ziele und dann sagt ihr, okay, jetzt möchte ich aber wieder möglichst effizient hin und ihr habt wieder die nächsten Ziele. Also das multipliziert sich extrem schnell beim Gitarre spielen. Denn es gibt in der Musik und an jedem Instrument eigentlich, das ist jetzt nicht nur gitarrenspezifisch, das ist völlig egal, welches Instrument ihr da spielt, es gibt so viel, was ihr lernen könnt, dass ihr da in einer Lebensspanne überhaupt nicht mit fertig werden könnt. Das heißt, versucht nicht, das irgendwie als Sprint durchzuziehen und dann irgendwie an einem Ziel anzukommen und dann seid ihr zufrieden und jetzt kann ich das, was ich will und fertig. Denn Gitarre lernen zieht sich. Gitarre lernen ist ein Projekt, das sich möglicherweise für den Rest eures Lebens begleitet. Im Idealfall, was ja auch schön ist. Es ist ja schön, wenn man Hobbys hat, die nicht langweilig werden, die ihr für die nächsten 30, 40, 50 Jahre machen könnt. Und das ist ja auch eine große Qualität, die das Musikmachen mit sich bringt. Das ist eben nicht nur so ein, ich mach jetzt mal das und dann was das und dann suche ich mir wieder was Neues Hobby, sondern das ist was, wo ihr immer mit wachsen könnt und was immer was Neues mit sich bringt. Aber das erfordert eben auch, dass ihr den Prozess genießt und ihr lernt, kleine Erfolge zu feiern. Ihr lernt, dass ihr den Weg als das annehmt, worum es eigentlich geht. Und nicht in so einer Leistungslogik immer nur von einem Ziel zum nächsten arbeitet. Denn, und damit komme ich schon zum letzten Teil des Videos, damit seid ihr immer in so einer Leistungs- und in so einer Defizitlogik drin. Betrachten wir nochmal kurz, wie so ein, ja, zielorientierter Prozess aussieht. Also wir haben das Ziel, das ist klar definiert und wir haben den Prozess dahin. Um den Prozess jetzt effizient zu gestalten, müssen wir natürlich die ganze Zeit in so einer Bewertungsschleife sein. Das heißt, wir sagen, das läuft schon gut, das läuft vielleicht noch nicht so gut und wir sagen so, das ist okay, das ist nicht okay, da muss man irgendwie noch so ein bisschen was nachbessern. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit so einen gewissen Druck erzeugen, um quasi das anzuschieben und um quasi sozusagen, da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was, das kann man noch besser machen. Und wie am Anfang des Videos schon gesagt, das ergibt ja auch Sinn, wenn wir nur begrenzt Ressourcen haben, wenn wir das irgendwie ressourcenschonend zum Ziel bringen wollen. Das heißt aber auch, dass wir die ganze Zeit Defizite suchen. Also wir haben die ganze Zeit Defizite, denn wir müssen die ja finden, um effizient überhaupt was gestalten zu können. Wir müssen die Defizite ausmachen, um dann die Defizite zu eliminieren. Jetzt ist es aber so, dass wir in Gitarre spielen, das ist ja ein endloser Prozess. Wir haben ja kein finales Ziel in dem Sinne. Und einen endlosen Prozess auf Effizienz zu betrachten beziehungsweise die ganze Zeit in so Dauerschleifen auf Defizite zu bewerten, ergibt ja keinen Sinn. Denn damit packe ich mir Defizite auf den Teller, die es so gar nicht gäbe. Und natürlich kann man mal eine Zeit lang ein Projekt mit ein bisschen Druck betreiben, dass man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht so Bock, aber ich habe mir ja vorgenommen, die nächsten vier Wochen, weil ich irgendwie Urlaub habe oder weil ich irgendwie Zeit habe oder weil ich weiß, dass bei Arbeit gerade nicht so viel los ist, mal jeden Tag eine Stunde zu machen. Das ist ja, das will ich ja gar nicht sagen. Aber wenn wir schon mit der Grundhaltung, mit der Grundidee rangehen, dass wir das jetzt möglichst effizient gestalten, dann haben wir die ganze Zeit so eine Defizitlogik. Das heißt, wir ziehen uns die ganze Zeit nur die Defizite aus dem Prozess raus oder anders gesagt, wir richten unsere Aufmerksamkeit die ganze Zeit nur auf die Sachen, die noch nicht funktionieren. Und das ist wirklich der Tod einer jeden Gitarrenkarriere. Das Wichtigste eigentlich beim Gitarrelernen ist nicht, dass ihr die ganze Zeit High-Performance alles durchballert. Das Wichtigste ist, dass ihr den Kontakt nicht verliert und dass ihr irgendwie quasi dynamisch mit eurem Leben das Gitarrespielen integrieren könnt. Und es gibt Zeiten, wo ihr ein bisschen mehr Muse habt und ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr Zeit. Und es gibt Zeiten, wo das eben nicht so ist. Ich mache das mittlerweile hauptberuflich und ich habe auch mal eine Woche, wo ich keine Lust habe zu spielen. Ich nehme die Gitarre dann schon immer noch mal jeden Tag, fast jeden Tag in die Hand und spiele so ein bisschen vor mich hin. Aber das ist kein krasses Üben in dem Augenblick. So, und dann gibt es wieder andere Zeiten, da habe ich jede Lust, jeden Tag stundenlang Lust zu üben. Also das kann es geben, aber selbst bei mir, und ich kenne auch wenig Leute, die wirklich so drauf sind, dass die sagen, ich mache seit zehn Jahren jeden Tag acht Stunden am Tag Gitarre üben. Das existiert eigentlich quasi nicht. Und egal in welchem Bereich ihr seid, ob ihr das jetzt professionell macht, semi-professionell, hobbymäßig oder so unmotiviert hobbymäßig oder ambitioniert hobbymäßig, ihr werdet auch diese Phasen haben. Und wichtig ist es eigentlich nicht nur, dass ihr in den Phasen, in denen es gut läuft, viel schafft, sondern dass ihr auch in den Phasen, wo es nicht so gut läuft, die Connection nicht verliert. Und dafür ist es wichtig, dass ihr auch mal fünfe gerade sein lasst und sagt, mir geht es hier nicht um Effizient, mir geht es hier ja um den Weg. Ich will ja einfach was machen. Und man kann den Weg auch zweimal gehen, wenn er einem schon gefallen hat. Das heißt, an Tagen, an denen ich nichts machen will, spiele ich mir einfach meine Songs und lege die Gitarre wieder weg. So, dann spiele ich halt drei, vier, fünf Nummern, die ich selbst geschrieben habe, die ich schon kann, die mir aber Spaß machen. So, und dann sage ich so, okay, das war jetzt mein Tagwerk für heute, weg, morgen mache ich was Neues. Und das ist dann auch okay. Und das häufigste Problem, das ich da eben gesehen habe, ist, dass Menschen mit auch ein bisschen unrealistischen Vorstellungen, ehrlich gesagt, rangehen, dass sie sagen, ich habe jetzt irgendwie hier dieses Hobby und ich bin jetzt in so einer, naja, ich habe so ein Ziel und ich muss es jetzt effizient gestalten, weil nach so und so vielen Wochen muss man ja schon so und so viel spielen können. Und das ist wirklich, wie schon gesagt, nicht förderlich, weil ihr da nie hinkommen werdet. Und ihr könnt nicht so diesen Prozess effizient gestalten. Das geht einfach nicht. Das lässt sich, das ist in der Natur der Sache einfach nicht drin. natürlich gibt es Menschen und ich rede jetzt von den Ausnahmen, die so strukturiert sind, die einen vollen Tag haben, die sehr zielstrebig sind, die High Energy sind und die sagen, ich mache jeden Tag eine Stunde und ich will, dass diese Stunde sich wirklich lohnt. Und die ziehen das dann auch durch. Das ist aber meiner Erfahrung nach nicht die Mehrheit. Das heißt, diese ganzen Sachen, die ich in dem Video gesagt habe, sind auf eine Mehrheit bezogen, nicht auf die Einzelfälle, für die das vielleicht mit diesem Effizienz und diesem High Energy Gedanken doch funktioniert. Das sind in meiner Erfahrung die Ausnahmen. Fassen wir das alles nochmal zusammen. Versucht das Gitarrespielen wirklich als Prozess zu verstehen. Und zwar als Prozess, den man genießen kann und der nicht nur dazu dient, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Ihr könnt euch Ziele stecken, aber versucht die Ziele wirklich mehr so als Motor zu betrachten, um den Prozess in Gang zu bringen und auch in Gang zu halten. Versucht die Gitarre immer als Handwerk zu verstehen, das man einfach betreiben muss. Versucht nicht so verkopft und nicht so akademisch da ranzugehen und versucht auch so ein bisschen eure Wahrnehmung und euren Fokus von den Defiziten wegzulenken. Defizite begegnen uns in unserem Leben den ganzen Tag. Wir sind auch sehr darauf trainiert, immer auf Defizite zu achten. Auch dazu habe ich euch schon mal ein extra Video gemacht. Das findet ihr in der Videobeschreibung. Aber feiert kleine Erfolge und es hat euch nicht zu schade dazu, auch den kleinsten Erfolg noch auf die habe ich heute geschafft Liste zu packen. Ich kann wirklich schon mehrere hundert Sachen auf Gitarre spielen und wenn ich eine Sache am Tag lerne, dann verbuche ich das als Erfolg. Denn jeder Tag, an dem ich irgendwas mache, ist ein gelungener Tag. Und nur weil ich jetzt vielleicht nicht den effizientesten Tag und den effizientesten Prozess gestaltet habe, den ich hätte gestalten können, heißt das nicht, dass das ein vergeudeter Tag war. Wenn ich an dem Tag was gemacht habe, dann ist das ein guter Prozess gewesen. Wenn ihr noch mehr Videos wie dieses sehen wollt, checkt mal die Videobeschreibung. Da habe ich euch noch andere Videos verlinkt zu Fehlerkultur, zu Tipps, zu kleinen Ratschlägen, die ich euch geben will, um euch das Gitarrespielen zu erleichtern. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, auch für euren weiteren musikalischen Weg. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr auch Anwünsche oder Anregungen habt, schreibt mir bitte unbedingt immer einen Kommentar unter das Video. Checkt die Videos in der Videobeschreibung. Besucht auch meinen Kanal für noch mehr Videos zum Thema Gitarre. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.